Was habt ihr schon mal bei Zugfahrten erlebt? Ich zum Beispiel pendle seit eineinhalb Jahren täglich ungefähr zwei Stunden und habe schon sehr einiges erlebt von alkoholisierten Menschen, aber auch welchen die schon in den Zug gekackt haben etc. Zug hatte sowieso schon einiges an Verspätung, hält plötzlich mitten im Nirgendwo an. Durchsage vom Schaffner, liebe Fahrgäste, vor uns ist eine Baustelle und die haben die Oberleitungen abmontiert. Leider hat uns das keine gesagt. Wir müssen jetzt zurückfahren und eine andere Route nehmen. Mein Zug ist einmal in Belgien durch 50 Kühe gefahren und dabei leicht entgleist. Wir standen dann da und überall tote Kühe um den Zug. Später ist dann ein Zug uns abholen gekommen und am nächsten Bahnhof standen Psychologen bereit bei Bedarf. Hätte am nächsten Bahnhof eine Gulaschkanone gestanden. In der Reihe vor mir ist ein Besoftski auf die großartige Idee gekommen seine Spraydose rauszuholen und den Mülleimer zu verzieren. Wie der Zufall es so wollte kamen genau in dem Moment zwei Kontrolleure den Gang runter. Als sie seine Karte sehen wollten und dabei den beschmierten Mülleimer und die Dose in seiner Hand gesehen haben, haben sie ihm wortlos ein Taschentuch und Desinfektionsmittel gegeben und gewartet bis er es weggewischt hatte. Als Außenstehender war das das beste Timing, das ich je bewundern durfte. Ich saß in einem Zug der sich verfahren hat.